So erschaffst du emotionale Intimität. Beziehungen können vielschichtig sein, von oberflächlich bis hin zu einer tiefen seelischen, emotionalen und spirituellen Verbundenheit ist alles dabei. Manchmal bleibt es bei Bekanntschaft oder Freundschaft, manchmal wird es Liebe. Ist das der Fall, stehen die Sterne günstig für eine gemeinsame Zukunft und ein Leben Seite an Seite. Damit es aber nicht nur bei einem schönen Schein von Zweisamkeit bleibt, muss Intimität entstehen. Damit gemeint ist nicht die körperliche, sondern die emotionale. Wie nahe wir jemanden an uns heranlassen, ist ein wichtiger Faktor, der über Verliebtheit oder Liebe, Flirt oder Beziehung entscheiden kann. Wenn du an deiner emotionalen Intimität arbeiten möchtest, hätten wir hier einige Tipps für dich. Wer auf sanften Bogen Richtung Zukunft gleiten möchte, sollte zuerst damit beginnen, die Stromschnellen und Untiefen auszuloten. In jeder Beziehung gibt es sie, die ewigen Streitpunkte. Zu Beginn einer neuen Romanze wird man noch großmütig darüber hinwegsehen, doch spätestens im Alltag ist es Zeit, reinen Tisch zu machen. Sprecht daher auch über die Dinge, die euch nerven oder die euch wütend machen. Nummer 2 Jeder Mensch liebt Komplimente Beziehungen sind keine Selbstläufer. Wir dürfen und wir sollen es unseren besseren Hälften daher unbedingt mitteilen, was wir an ihnen so besonders faszinierend und einzigartig finden. Gefällt dir deine Frau oder dein Mann aus irgendeinem Grund hier und jetzt besonders gut, dann behalte diese Feststellung nicht für dich. Die Liebe lebt von solchen charmanten Gesten und kleinen Zeichen der Wertschätzung. Nummer 3 Lerne Empathie Wenn du das Mitgefühl noch nicht für dich entdeckt hast, ist eine Beziehung der richtige Zeitpunkt dafür. Wie es deiner Partnerin oder deinem Partner geht, muss für dich von größter Wichtigkeit sein. Kein Mensch ist jeden Tag gleich gut oder schlecht gelaunt. Lerne zwischen den Zeilen zu lesen und die leisen Töne auf dem Stimmungsbarometer auszuloten. Nummer 4 Grenzen müssen respektiert werden Emotionale Intimität ist nicht mit völliger, totaler und allumfassender Intimität gleichzusetzen. Im Gegenteil. Wer die Grenzen des allgemeinen Anstands der Intim- und Privatsphäre nicht respektiert, wird nie das volle Vertrauen seiner Mitmenschen gewinnen können. Und dieses brauchen wir, um echte Verbundenheit zu erzielen. Nummer 5 Jede Vorstellung von Liebe ist richtig Wir dürfen nicht den Fehler begehen, uns Vorbilder für die Liebe zu suchen, die bar jeglicher Realität sind. Und nicht einmal die realen, wie etwa die Beziehungen unserer Eltern oder Freunde und Bekannten sind geeignet, um uns die Richtung für unsere Partnerschaft vorzugeben. Es gibt kein richtig und kein falsch in der Liebe. Für euch muss es stimmig sein. Dann ist es perfekt. Nummer 6 Findet einen gemeinsamen Rhythmus Am Schließen von Kompromissen wird man in Beziehungsdingen nicht herumkommen. Idealerweise arbeiten beide Seiten an diesem Projekt. Wenn immer nur eine nachgeben und ihre Bedürfnisse nach hinten rein muss, hat dieses Partnerschaftsmodell keine Zukunft. Versucht, eine gemeinsame Frequenz zu entdecken, auf der ihr euch trefft und die euch leitet. Nummer 7 Gespräche mit Tiefgang sind unerlässig Problematisch werden Beziehungen immer dann, wenn bestimmte Themen zu Tabus erklärt werden oder gar Gesprächsverweigerungen stattfindet. Diese Menschen mauern nicht ohne Grund. Sie wollen vielleicht gar keine Intimität mit dir. Dieser Frage solltest du als erstes nachgehen. Aber auch Geheimnisse sind keine Ausgangslage für eine Liebe mit Zukunft. Legt die Karten auf den Tisch und sprecht über alles, auch über die weniger schönen Dinge. Nummer 8 Gib dich zu erkennen Du willst eine tiefgründige, intensive und aussichtreiche Beziehung mit jemandem eingehen? Gut, dann beginne am besten mit jener zu dir selbst. Welcher Mensch verbirgt sich hinter der freundlichen Unverbindlichkeit und der fröhlichen Maske, die du jeden Tag zur Schau trägst? Deine Partnerin oder dein Partner müssen dein wahres Ich kennenlernen, wenn sie es lieben sollen. Nummer 9 Schwächen dürfen geteilt werden Viele Paare berichten davon, dass es gerade die schweren Zeiten waren, die sie zusammengeschweißt haben. Die Vorläufer der schweren Zeiten sind Schwachstellen und Schwachpunkte, auch die ganzen Unzulänglichkeiten, die jeder und jeder mit sich herumträgt. Es bringt nichts, hier Perfektion vorzugaukeln. Sprecht in eurer Partnerschaft daher unbedingt auch über alles, was euch fordert und zu schaffen macht. Nummer 10 Zuhören ist der erste Schritt Richtung Verständnis Wer das aktive Zuhören noch nicht beherrscht, sollte es auf dem Weg in Richtung Zeit zu zweit unbedingt lernen. Woher sollen wir denn sonst wissen, welcher Mensch hier eigentlich Seite an Seite mit uns lebt? Du musst ja nicht alles berauschend finden, was man mit dir teilen möchte. Aber sei offen dafür. Nummer 11 Hand aufs Herz Hast du Angst vor Intimität? Falls es mit der tiefen Verbundenheit einfach nicht klappen will, könnte es auch an dir liegen. Bist du wirklich offen dafür, deine Seele vor einem anderen Menschen zu entblößen und mit ihm all deine Geheimnisse zu teilen? Emotionale Intimität verlangt uns zweifellos einiges ab. Wer nicht bereit dafür ist, kann nur scheitern. Nummer 12 Sorry kann zum Schlüsselwort werden Die Macht einer aufrichtigen Entschuldigung darf man niemals unterschätzen. Sage das Zauberwort nur, wenn du es wirklich so meinst und gelobe die Besserung nicht nur, sondern zeige sie auch. Nummer 13 Schütze deine Liebe Deine Beziehung ist ein kostbarer Schatz, den auch viele andere gerne hätten. Außerdem wird es immer Menschen geben, die dich nicht glücklich sehen können. Achte auf deine Liebe und verteidige sie nach außen hin. Lass nicht zu, dass Eifersucht oder Unbedarftheit sie zerstören. Unser heutiges Fazit Nähe ist, was du daraus machst. Jeder Mensch empfindet das Verhältnis von Nähe und Distanz sehr verschieden. Was dem einen viel zu eng ist, kann dem anderen gar nicht eng genug sein. Im Idealfall treffen sich zwei Menschen, die dasselbe unter Intimität verstehen und die dieselbe Art von Beziehung und Partnerschaft anstreben. Ohne den ausdrücklichen Willen dazu wird nichts davon gelingen. Es ist kein Mythos, das gelungene Zweisamkeit Arbeit erfordert. Sie wird sich vielleicht nicht immer so anfühlen, aber ohne das Ziehen an einem Strang wird das Liebesglück bald geschmolzen sein wie Eis in der Sonne. Macht dir bewusst, wo die Reise für dich hingehen soll. Ist euer gemeinsames Ziel die Zukunft? Setzt die Segel und bestimmt den Kurs. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gerne auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.